Schüttgut-Technologie auf höchstem Niveau? Flüsselfertige Anlagen für Chemie, Zement, Bausteine, Erden und die lebensmittelverarbeitende Industrie? All das kommt aus Carvitz in Niedersachsen. Unscheinbar im idyllischen Ländereck zu Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt gelegen, hat die Zuter GmbH ihren Hauptsitz. Hier wird auf höchstem Niveau und auf dem technisch aktuellsten Stand produziert. Von der umfassenden Gesamtanlagentechnik über Rohrsysteme und Fördertechnik bis zur Entstaubungs- und Konservierungstechnik bietet Zuter ein breites Spektrum an technischen Lösungen für ihren Standort. Spezielle Laborgeräte für die zeitnahe Eingangskontrolle von Chargen sowie Aggregate zur Füllstandsteuerung oder Temperaturüberwachung runden die Produktpalette von Zuter ab. Unsere Kunden haben von Beginn an die Möglichkeit, dreidimensional zu sehen, wie die fertige Anlage im Detail aussehen wird. Nahezu 100 Jahre Know-how befähigen unser Team, Sie bei der Planung und Konzeption ganz individuelle Lösungen zu unterstützen. In unserer eigenen Fertigungsanlage überlassen wir nichts dem Zufall und setzen High-End-Technik ein, um kosteneffiziente und langlebige Lösungen herzustellen. Eine professionelle Vertriebsstruktur lässt uns flexibel auf Ihre Wünsche reagieren. Seit der Gründung 1921 haben sich Technologie und Produktionsmethoden vielfach geändert. Geblieben sind die Leidenschaft für Qualität, die Partnerschaft mit dem Kunden und der Pioniergeist. Im Mittelpunkt unseres Handelns steht die Sicherung der Qualität von Produkten und Dienstleistungen. Auf die zum Teil langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Geschäftsleitung stolz. Fachwissen und Zuverlässigkeit sind die Grundlage für erreichbare Qualität. Das merken unsere Kunden sofort und honorieren es. Die Zuter GmbH ist ihr starker Partner aus dem niedersächsischen Wendland. Hier entsteht der Erfolg eines Unternehmens, das regional handelt und schon heute international aufgestellt ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017